Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Bad Wars mit gleich Mitte. Hi. Und wir spielen Tipis. So, wo gehen wir hin? Hm, Nachbar. Okay. Ah, ich hab ihn erfolgreich abgewehrt. Haben ein Schwer dabei. Boah, dieser einen Block Knockback nur von mir. Wegen Sprint Reset. Baut es besser. Nice. Perfekt. Nichts leichter als das. Aber wahrscheinlich haben die dann dieses schnell spawnen Plugin, weil das habe ich ja auch, glaube ich, drin gerade. Hast du es auch drin? Ja, oder? Den Code, ja klar. Okay. Ja, ich save gerade Gold jetzt. Ich baue gerade das Bett ab. Nice. Warst du kurz Mute? Ich war kurz Mute. Ja, hab's gehört. Junge, aber, oh man, ich habe gerade den Blauen noch getötet. Jetzt gehe ich halt so großer. Ja, ich gehe gerade auf Stiefis an. War das unser Bett weg? Nee, wir haben noch ein Bett. Was sehen wir überhaupt? Rot wieder, ne? Gehst du immer rot? Absichtlich? Nee, aus Zufall, ne? Nee, aus Zufall. Okay. Oh shit, die haben ihr Bett gut zugebaut. Sie hat mir gerade geschrieben. Fuck. Was soll ich machen? Er ist alleine, oder? Ah, okay, der ist geläftet. Nice. Ach, für die KD baue ich das Bett noch ab. Nee, die sind unsere Nachbarn da hinten. Wir können da, äh, die bauen sich zu uns. Ich seh's, ich komm in die Mitte, ich bin grad Mitte gleich. Ich bin gleich Mitte. Ja. Oh, schlecht, wieder am Start. Ja, dann geh ich halt zu denen und probier's. Ja, eigentlich ist leichter als das, M16 Volt. Warte kurz. Achtung, Kopfhör. Oh mein Gott. Na, also. Mein Gott. Ich dachte, wer tot nach drei Schlägen, was ja normal ist eigentlich. Egal, dann rush ich schnell mit Dingens und Blöcken. Das ist übrigens eine die. Nein, der. Ja, okay. Die geile Lola. Oh, oh, das wird richtig knapp. Ich hab' ein halbes Herz. Oh mein Gott, oh mein Gott, ich hab's Bett. Oh mein Gott. Alter. Das war so knapp. Nein! Sie hat mich bekommen. Oh, ich hab' ihn. Shit. Hätt ich... Ich hab' sie. Okay, nice. GG. Nice Runde, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da und ciao. Ciao. Wir sind gleich Mitte vorbei. Ciao.